Hi, du bist wieder bei Just in Time gelandet. Heute geht's um einen Marktplatz ohne Obst und Gemüse. Und den, den nennt man Börse. Ihr kennt das sicher, wenn sich eure Eltern oder Großeltern gespannt sich irgendwas reinziehen mit Leuten in Schlips und Kragen, riesigen Tafeln. Ja, das ist sie. Die Börse, ein riesiger, weltweit organisierter Marktplatz. Dort werden große Beträge an Geld hin und her geschoben. Gehandelt wird mit Wertpöpchen in Form von Aktien oder Waren wie zum Beispiel Metalle. Auf einem richtigen Markt kannst du alles anfassen. Das geht bei der Börse natürlich nicht. Dort gibt's die Waren virtuell und du siehst sie in Kursen und Tabellen. Innerhalb von Sekunden können Kurse steigen oder fallen. Wenn Leute aber hinter einer Idee echt viel Potenzial sind und diese Aktie viel gekauft wird, dann steigt deren Wert natürlich. Habe ich wieder Just in Time geschafft? Mega! Wenn du selber mal Börse ausprobieren willst, dann gibt's das Sparkassen Planspiel Börse. Dort gewinnt der, der am besten gewirtschaftet hat, übrigens einen mega fetten Preis. Alle Infos dazu unter planspiel-börse.de Bis zur nächsten Folge!